Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir heute die zwei Apostelschüler des Paulus, Timotheus und Titus in gemeinsamer Feier ehren, dann wird uns noch einmal direkt am Tag nach der Bekehrung Pauli in Erinnerung gerufen, für was Paulus gekämpft hat. Wir haben das gestern bedacht, die Einheit des Glaubens. Die alte Tradition erzählt uns, dass Timotheus als Bischof von Ephesus noch Johannes den Theologen, diesen großen Alten, kennengelernt hat. Und neben dem, dass er mit Paulus sehr eng verbunden war, zugleich auch diese Theologie, die sich im Neuen Testament niedergeschlagen hat, kennenlernte und sie hochschätzte. Was wir daran sehen, ist, dass ein Mann wie Timotheus wirklich bei Paulus gut gelernt hat, der eben nicht, was in Korinth das Problem war, sagt, ich gehöre zur Partei des Paulus, ich brauche keine andere Theologie, sondern der wusste, dass alles zusammengehört und nur so fruchtbar wird. Das ist das Erste. Es ist schön, dass uns die Tradition diesen Gedanken bewahrt hat, weil wir von ihm lernen können. Noch viel mehr müssen wir heutzutage lernen in den Zeiten gesellschaftlicher Zusammenbrüche und der Zusammenbrüche all der Strukturen, die eine Gesellschaft erst bilden können, etwa der Familie. Dass Paulus in seiner Art, wie er den Glauben verkündet, immer das tut, obwohl er ja Jesus nie begegnet ist und nie mit ihm durch Galiläa oder sonst wo hin gezogen ist, etwas aufnimmt, was Jesus praktiziert, nämlich in der Verkündigung, familiale Strukturen zu bilden. Wir hören das hier im zweiten Timotheusbrief, dem Abschiedsbrief, dem Paulus aus der Gefangenschaft an seinen Schüler, an seinen großgewordenen Schüler schreibt. Er erinnert sich daran, wie er diesen Jungen kennenlernte, als er die beiden Frauen besucht hat, Lois und Eunice, seine Großmutter und seine Mutter. Und wie dieser Junge begeistert war, wie er heranwuchs und wie er dann sein sehr gelehriger Schüler wurde. Wenn Paulus ihn als mein Kind anspricht, wie Paulus das so oft tut in Korinth, im Philemonbrief, dann sehen wir hier eine Wurzel dieses Familiendaseins. Nicht über Blutsbande, sondern über das Säen des Glaubens. Paulus ist ein Vater, ein Vater vieler Kinder. Wenn wir, und man kann das immer wieder ganz aktuell hören, diese Konzeption des Neuen Testamentes etwa für die Priesterschaft ablehnen, weil es ist fremd, das ist ein ganz komischer Gedanke. Es ist kein Wunder, dass bei uns kein Glaube wachsen kann, wenn es keine Väter mehr gibt. Wo sollen denn die Kinder im Glauben herkommen, wenn die Väter sich verweigern? Das liegt offen auf der Hand. Das ist nicht ein billiger Vergleich, eine Analogie, ein Bild, wie wir uns dann herausreden, sondern es ist eine Essenz des Neuen Testamentes. Wenn, um im Vergleich, im Gleichnis des Evangeliums zu bleiben, niemand auf den Acker geht und sät, kann keine Frucht aufgehen. Nichts kann wachsen. Und wie es wachsen kann, sieht man eben am Verhältnis des Paulus zu denen, denen er begegnet. Und wir sehen es oft gar nicht als ausführliche Geschichte. Wir meinen oft, wir müssen dann Geschichten erzählen. Wir sehen es am Ende seiner Briefe, wen er alles grüßt. Lange Listen, lange Grußlisten. Alles Menschen, die er kennt, die zu seiner Familie gehören. Zur Familia Dei, zur Familie Gottes. Zu der auch wir gehören dürfen. Wir müssen nur noch lernen, so zu leben.